ich weiß nicht was portal für ein problem hat großes problem weißt du doch ich kann portal erschlagen ohne witz wegen so einer kacke kann man eigentlich beim hochfliegen auch den würfel greifen also nicht sehen nicht mal was du da über hast kannst du der und die runter verlor hat die sache ist der ist ja da du kannst ja noch mal darauf gehen dann macht das mal ja aber dann ist das ding weg wir springen noch mal hoch warum ich muss jetzt auch wieder hoch deswegen hatte 321 und darauf aber einlegen und bringt dann noch portal um ich pass da nicht durch der kack portal da weg ich weiß nicht warum unter bord liegt portland problem nur bei portal sagt nicht bei left for dead hat es nicht gewackelt wenn ich aufgenommen habe sagt nicht bei arme hat es nichts gemacht nein nur bei portal ja beim letzten mal auf einmal das ist natürlich jetzt schieße ja das stimmt oh nein wechselbar mhm diese scheiße das problem ist heiz maul wir müssen dadurch dadurch und dann es gibt es einen umlenkstrahl und wenn man gerade den knopf gedrückt hat gestern blödes mystic nennen war hier aber nicht ein würfel schon hier vorne ist eine kugel ja aber die bringt ja nichts doch die bringt mir was die dinger kaputt zu machen kann ich mit der kugel nicht das licht um lenken meinst du nicht da ist das würfel da da ist knapp gewürfel ach ich bin ja so blöd komm hier das und wenn du hier durch machst dann längst du da die strahlung mach mal äh das siehst du und hier da längst du nämlich den strahlung ich gehe jetzt ach ne das muss ich dann machen ok weil äh ja äh äh warte mal kleinen moment mach mal erstmal dass ich hier durch komm dass ich dann da drin bin oh du musst hier runter ja und dann stehen da äh voll unsinnig und da unten dass ich da reinkomme muss da nämlich rein äh eigentlich musst du das doch machen du kannst doch da runter springen ich drück den strahler andersrum jetzt drückt der wieder dich nach oben ne mhm ich musste ich aber ja ach da war ja kein strahl können das nämlich auch andersrum eigentlich machen zack zack so machst du den strahl dann gehe ich da rein weil anders geht das nämlich gar nicht wirklich ne ich muss das nämlich selber machen das musst du das selber machen ich kann dich nur umlenken mhm du musst mich ja auch umlenken die sache ist ähm wie war das jetzt den da hinten muss ich setzen lenkt mich mal erstmal nach oben bitte warte und dann musst du warte mal wie das so jetzt musst du machen dass ich wieder umgelenkt werde ok wo ist hups falscher knapp aber warte mal ach so rum war der scheiß ich hab's eben nur verwechselt ich muss nämlich da lang fliegen gleich wieder indem du mich erstmal nach oben lenkst ja warte ich muss kurz überleben das problem ist das timing dafür mhm hups voll ouch die sache ist ich muss ja schaffen dass ich dann da oben reinkommt mhm 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 аем mhm dass wir nämlich dass ich da durchfliege jetzt wieder nicht dass du auch noch mal ein portal macht aber das klinge gar nicht also du musst auf jeden fall rüberfliegen jetzt setzt doch einfach mal diesen doch 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 du kannst ja wenn du drüber springst hier rein springst müsstest du genug schub haben dass du rüber fliegst muss ja nur da reinkommen so wenn genau so kannst du es ja lassen jetzt versuch mal da mein portal rein zu springen gut alles klar dann musst du das mit den umlenken aber gleich machen ich muss das jetzt machen du bist du bist tot ich hab doch gesagt ich war noch nicht so weit aber egal als maul ich war doch noch nicht so weit kannst du nicht irgendwie daneben springen stehst du schon so weit hatte kannst nicht daneben springen nein spring doch daneben erst mal dann kann ich in ruhe die portale setzen aber du musst erst mal nur eins setzen vor allem daneben springen alles gut hatte jetzt so meinst du so jetzt wäre ich bereit okay ich zeigte dann wenn du um längst na ja und zwar jetzt fängt man noch mal um ja vor kurz sagen macht kein unnütz aber nicht dass er weg geht ich den erst irgendwo hin dann tut ein portal irgendwo weg so habe ich denn hier kein portal ich kriege jetzt die kugel darüber und zwar musst du einsetzen noch du musst um lenken oder was alter schwede was soll der mist hat die fast getroffen ja so und fach mal noch mal rücken ja noch mal warte mal jetzt einfach etwas rüber es ist eigentlich gesehen oder schlecht so jetzt haben wir das nämlich auch frei hat sich wieder durch jetzt muss nämlich immer so aber so nämlich mit die kugel bis du sinnvoll ohne witz die kugel muss doch da bleiben oder nicht dass wir zurückkommen das ist schon sinnvoll wie ich das mache also warum tust du denn lass dir doch den wüffel da unten weißt du warum nein lass dir kugel nicht rennen nein komm her ja tu er ist ja gut beiden ja nicht jetzt siehst du das jetzt musst du den aber weg machen er war sache ist naja warte mal hatte meine trafik dich doch ich will ja mitnehmen naja das kannst du machen aber wir waren das jetzt muss trotzdem noch mal herkommen schön lieber setz mal da und setzt man noch mal da weil dann muss ich noch mal gucken und dann wird das erst mal gleich woanders hin und dann setzt du es hinten wenn also sitzt du machst du das gäbe erst mal weg da machst du das gäbe erst mal da rein machst du das gäbe erst mal da rein jaa komm meins wenn ich warte mal wenn ich schlau naja ist egal eigentlich relativ und jetzt machst du dann gehen wir hier rüber und dann machst du das gäbe schwere geburt schwere geburt schwere geburt ach kär jetzt nur noch das level und dann noch eins ne langsam bekomme ich hunger hunger wieso also ja und ich habe hunger ich habe mir noch kein mittagessen gemacht ich habe nur kurken gegessen schön aber ich nicht und zwar joghurt mit der ecke frischischer art und schon wieder 1000 euro ja das ist das letzte vorletzte nee 8 ist das letzte nee da steht ein 8 vor 9 du vogel guck mal achso ich habe hunger mein magen ärgert mich schon lolololol also wie gesagt das level kenne ich noch nicht woher willst du uns verarschen alter schwirr habe ich jetzt schon keinen bock alter schwirr habe ich jetzt schon keinen bock alte hexe was macht das ding denn hier wow wo hast du so einen hier aufgerätet was passiert hier yay hey was macht denn das ding hier oh ne ja doch ja ja weißt du wie unlogisch das ist ne nur um ne kugel die irgendwo hier liegt da in dieses kacke loch da rein zu tun in das was ist das für ne verarsche hier siehst du doch was ist denn mit dem den hängen hier offen nur die tür hä so warum mache ich das jetzt keine ahnung das ist ja nicht kaum gut das ist ja und das ist die 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 Vielen Dank.